ja horchermann herzlich willkommen zurück zur let's play how to survive ich habe mich dazu entschlossen einfach weiter zu laufen und jetzt kommt okay jetzt darf ich mich schlafen legen dann machen wir es jetzt halt doch noch habe mich auch nicht weit bewegt so da sollte schließen nicht das jetzt nehmen schlafen nee die wo sal sal ja oder okay drei dynamit dinge habe ich dabei besser wie nichts und wir machen uns endlich auf dem weg naja war total easy okay ach da unten ist auch noch eine barriere ach nee das ist der einzige okay klar alles klar da woa woa wo 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 da war jetzt ja schon ganz schön ganz schön was los ne wow und warum keine weißes so da muss ich jetzt rüber sobald ich das gemacht habe stammen hier millionen und abermillionen genau von diesen viechern auf mich zu oh god aber hey für mein bummerang gar kein problem was haben wir hier green beef limo mit mancherlei wirkung oh hat da war's hat da war's okay okay hör auf hör auf man 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 piekst der mich an hört doch mal auf hier was wollt ihr denn alle von mir huck 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 ja ihr kommt auch alle ihr kommt alle mal dran so da kein problem überhaupt kein problem und kompressor okay da links ist ein dings mit boot what oh god hm hm ja wie schnell war denn der unglaublich komm geht weg geht weg au au die tun weh tun einfach nur weh tun die ich brauche nicht sowas ich brauche flaschen oder kann man das kann man wahrscheinlich nicht egal Pauli wants a crack girl was hab ich denn da drüber bummerang oh das hatte ich ja schon keine ahnung was ich denn jetzt bekommen habe egal ach warum mach ich denn das das ist nur das stinknormale da kann man doch durch den körper durchschnetzeln lange kette braucht auch kein mensch was möchtest du denn von mir hi 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 funkelschatz ja ey den hab ich glaub ich oder hab ich ihn eingepackt glaub ich hab ihn eingepackt ja glückwunsch brandmunition für deine waffel mhm brandmunition okay lass mich raten ich muss das wieder öffnen weil das ist natürlich es ist da drin und da kommt dann da bricht die hölle aus wenn ich das mach aber hey ich bin mutig ich bin mutig wow halt auf okay aber solange kann ich kommen die man nur auf den kopf ziehen kann ist ja alles in Ordnung alles gut ah das war's schon sehr schön da ist die kiste hi was haben wir hier schlafen könnten wir mission stück stoff ich ja hi na ich will mach das so auf okay wie viele hab ich denn jetzt jetzt hab ich 20 pakete na das ist doch klasse dann kann ich jetzt da ist das fragezeichen ich muss jetzt also wirklich nach rechts kann ich nicht einfach dieses Boot nehmen das da war wo komm ich denn damit hin jetzt bin ich ach aber der sitzt da drüben was macht der da wäre dann der andere klüger ach der ist schon auf der anderen Insel bei dem Flugzeug okay ja dann nee dann wieder zurück und ne und dann darüber ja ja das ist doch hier dann immer noch einfacher oder soll ich oben rum ihr könnt schnell oben rum ja oben rum ist ist besser hey nein nein au wo haben wir da was nehmen hier wow es geht hier schon richtig ab ne okay da patsch war das jetzt gerade der Sound für die Horde macht sich auf den Weg oder was ist da nochmal so ein Dicker den ich besiegen muss weil ich idiotischerweise diesen Weg gewählt habe okay nö schnetzen mich doch da ganz gut mit meiner super duper Rüstung ne das war die falsche Musik wollte er jetzt nicht heiraten dann müssten die ja jetzt eigentlich da doch genau stehen oder nicht ha Fragezeichen ja freilich könnt ihr mir den Piloten vertrauen wie ja kannst du ja da bleiben da also es ist ja es ist ja unglaublich also geht's was brauchst du yes jetzt muss ich nach dem Typen summen oder was oh der Korvac der Korvac ist da der gute Korvac 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 my friend hello you found a pilot and the plane will fly but surely you don't wish to leave you haven't finished your training and the final chapters are still unwritten why don't you stay here become the ultimate survivor you don't quite know everything yet you know you're capable of so much not like that idiot Andrew we had to sacrifice him he didn't have your talent but it was for the good of the book you see you've already contributed so much stay and finish it think of the beautiful legacy you've what you think you can refuse me you think I'll let you leave you will survive or you will die but you won't escape very well you ask for it zombies supper time come and get it survive this if you can mmm no I'll be taking notes bleibe am leben während Sanchez das Wasserflugzeug startet ok ach so kann den Strand nicht verlassen no auch noch nachts die sind ganz schön schnell ah wo bleibt das dicke da kommt doch bestimmt noch ein dicker irgendwie so ein ultra dicker fetter oh jetzt kommen schon die mit mit Mützen ok hop auf ok ähm hey Leute jetzt ist mal langsam genug jetzt kommen sie mit zum kotzen ok hop aber ah ah Okay, jetzt sind wir ganz ruhig hier, Leute, wir können doch alle miteinander friedlich reden, können wir jetzt einmal, darf ich weiter, das ist immer noch nicht möglich, ich darf nicht weiter, okay, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht, also wo ich am besten kämpfe, Gott. Ah, jetzt hört er auf, Leute, ist das jetzt genug? Oh, jetzt auch, wow, okay, okay, jetzt ist aber genug. Oh, wow, okay. Ah, verdammt. Ow! 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 Okay. Ah, diese Dicken. Komm schon, dich nehme ich mit und jetzt das Letzte ist, was ich tue. Okay. Flugzeug ist bereit. Schnell hin. Ja! Ja! No, 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 no. Come on, come back. Oh! Tütütütütütütütüt! Hab ich's geschafft? Hab ich das Spiel geschafft? Bitte. Ah-ha! Der alte Mann hat mit dem Korvac unter der Decke gesteckt. Es ist ja unglaublich. Okay, ein schönes kurzes Spielchen. Also am Ende hat es sich ganz schön gezogen. Aber prinzipiell ein schönes Spielchen. Nett gemacht. Und ja. Ich würde sagen, bis demnächst. Wir gucken uns jetzt nicht das Ganze hier an. Man könnte das jetzt natürlich mit anderen Charakteren durchspielen. Man könnte jetzt die Survival-Modes starten und so weiter. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Das Let's Play Together mit dem André wird, glaube ich, auch nicht mehr fortgesetzt. Ich weiß nicht, ob wir da jemals dazu kommen. Deshalb sage ich jetzt mal, das ist abgesagt. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Vielleicht kommt noch was. Bis demnächst. Tschüss. 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 Vielen Dank.